so leute da bin ich wieder es war anscheinend so das spiel hat sich gerade irgendwie sich aufgehangen keine ahnung das sehe ich gerade zum ersten mal das war jetzt ein bisschen auch blöd aber keine sorge leute ich bin wieder hier ich musste auch nicht großartig komplett neu machen die gottseidank nicht so hier aber erst mal den schalter sondern kommen wird wohl ich muss mich beeilen und auch mehr sinister klone der handlanger weil die sind ja alle aus wie sinister so wer schießt denn da bitteschön ach dies sind das hier diese verdammten ekligen dinger habe ich schon mal gesagt ihr seid hässlich mit 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 Oh, nasty slime, should have used the 5-Iron. Oh, no! Und noch mehr Hackfressen, yeah, ich freu mich schon. Oh, my. Die Leute fragen mich wirklich, wer ich bin. Kennt ihr mich nicht? So, hier ist Lady Death und jetzt? Okay, ich seh schon. Ich muss hier die Knirpse ausschalten. Hey, seit wann können die hier so gut springen? No. Und das bringt uns zu dem Presen. Du musst nicht auf den Sinisterklonen bleiben. Zurück, wenn du fertig bist, diese Tunes. Das ist meine Mädchen. Ich werde gleich zurück. Wow, du bist ein Glück, weil das würde die meisten Leute sehen. Oh, mein Gott. 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 Two extra slices for just $9.99. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Okay, jetzt mal im Ernst. Wie viele von denen kommen denn noch? Oder muss ich hier irgendwas machen? Wo willst du denn hier rumballern? Ich war die ganze Zeit hinter dir. Okay. Gut. Ich bin auch mit dem Töten fertig. Und ich folge wieder Lady Death. Meine super, super süße Lady. Okay. okay wir müssen einfach bei das licht bleiben so die tun die können wir wirklich mal ich bleibe einfach in der nähe einfach da wo licht ist und mir kann sonst nichts mehr passieren aber unheimlich ist das schon so habe ich jetzt eine liebe zu mir bewiesen pick up the pace mmm you are hungry as am i follow und wieder werde ich getestet denke ich was ich denke richtiger klassiker wer kennt die nicht ok ich vergesse einfach die truhe die ist mir so unwichtig ich nein nein oh gott man und ich vermassle das so noch mal na bitte geht doch open sesame booty so moment mal ist ah moment ich glaube das ist der boss ich glaube oh oh gott ok ich oh gott das ist ja ein boss kampf dann machen wir hier dieses gerät kaputt niemand kann deadpool aufhalten nicht mal so ein fass oder dieses schießgerät okay das ist doch ein bisschen so schwierig aber nur weil diese skelette hier aus dem weg sind und geschafft ich hab's geschafft ich hab's geschafft und die zweite seele ich hab die zweite seele die Hey, I'm back! Kable, you silly boy! Are you still blasting clones out here? Whatever you're doing, what do you keep doing? My readings show that the area became more unstable when you returned the statue. If you keep it up, this whole cavern will collapse, destroying the corpses Sinister is trying to get his hands on! Ah, nuts! If I touch you, do you not bleed? Und ich frage mich gerade wirklich, wie könnte dann bitte schön skeleton bluten! Obwohl die kein Fleisch mehr haben! Na ja, Deadpool hat so seine Fantasie. Und das akzeptiere ich ihn auch. Oh god, wieder so einer? Wenn das dich mit dem Schiff fällt, dann bin ich entschuldig. Es ist für deine Brüder. Wer warst du, Wade? Ja, ein Spirit bleibt. Oh, was passiert dann? Hurry up, Wade, Zeit ist ticker. Nicht, dass ich nur zurück in Zeit kann, und das alles wiederholfen, wenn du aufhörst. Die letzte Tür. Okay, ich würde sagen, noch eine Runde, und dann werde ich die Folge wenden. Oh Gott. So, ähm, 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 ähm. Ja, ich bin ja schon dabei, aber warum muss denn dieser Weg ausgerechnet zu kacke sein? So, egal, ich hab's geschafft. Okay, Lady Death, wir können rein. Oh. Oh, ich hasse Warteschlangen. Aber ich liebe Ruhmplätze. Entschuldigung, kann ich gehen? Meine Freunde sind vorne. Ja, richtig, Dweeb. Warte in der Linie, wie alle anderen. Ein Ticket, bitte. Ach, Leute, ich hab keine Zeit dafür. Äh, nicht sicher, ob du es wussten, aber ich bin irgendwie ein großes Problem. Das ist, wie, mein Video-Games. Wie, ich kann dich einfach aus der Existenz, wenn ich wollte. So, es tut mir leid, aber wie gesagt, ich hatte keine Gedulds. Tja, meine lieben Freunde, so kann man den ersten Platz kriegen. Oh, ich liebe Achterbahnfahrten. Oh. Oh, das gefällt mir schon ein bisschen. Äh, ich bin Captain Deadpool. Ich bin jetzt Kapitän. Was sagt ihr dazu? Oh, cool, es ist ein Circus. Okay, die dürfen wir nicht abballern, abballern, aber das Schild darf ich. Also, ich liebe einfach dieses Spiel. Oh, das ist ein Circus. 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 Okay, nächste Runde. Oh, das ist der Death? Okay, verstehe. Ah, na warte. Das war so cool. Alles klar. Ah, look at us. Just two guys, both with regenerative powers, fliegen what used to be a dormant horde of evil-killer-robots. Ah, this is the life. A little cute team with the old wolfie. Good times, Logan. Und? Habe ich's geschafft? Habe ich's geschafft? Habe ich's geschafft? Um, oh. Oh, was kommt denn jetzt? Oh, my God. I see no louder wolf-ballons. Look, it's me. I guess you could say this is a metaphor for all the messed up shit in my head. I resent that remark. Hey, who you calling messed up? Us. Oh, okay. Well, we kind of are. We kind of are just joking, guys. Oh, okay. Oh, boy. Yeah, I'm so excited. Oh, ein Tunnel von Liebe. Das Rennen war Spaß. Aber ich kann nicht helfen, aber zu fragen, wo alle die Klonen gingen. Du hast mehr getan, als du jetzt. Nicht sprich. Nur küsse mich. Okay, geil. Wir haben die dritte Seele. Ach, das war aber noch geiler. Hey, ihr mit euren Sprüchen, I wanna wee, I wanna wee. Ich verstehe gar nichts, was die hier sagen, um ehrlich zu sein. Okay. Thank you. Great. Ja, ich beeil mich schon, ich beeil mich schon, meine Süße. Die Destruktion des Katakombs kann jetzt beginnen. Jetzt können wir zusammen sein. 永遠! Das heißt, wir gehen späts? Baby, du bist der Teufel. Du hast die Spirits für mich. Danke, meine Lieblings. Jetzt, du musst mich verlassen. Was? Nein, no, Baye. War es etwas, was ich gesagt? Oh, es ist etwas, du bist, Wade. Du bist жив. Geh. Finne deine Reise. Und stop, Sinister. Aber... Unsere Zeit wird kommen. Du glaubst das? Cockblock twice in meinem eigenen Spiel. Cowboy up, nerd. Es ist Zeit für Pellin-Farmers zu payen den Ferryman. Das ist ein Amerika-fuck-yeah-moment, da. 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 Okay Leute, da sind wir wieder nun zurück auf der Oberfläche, aber wie gesagt ich würde jetzt hier auch die Folge wenden, so leid das mir auch tut ja es geht echt spannend weiter und ich glaube wir rücken auch so Richtung ins Finale, aber naja wir werden das erst in der nächsten Folge fahren, wie weit wir kommen, ich hoffe die Folge hat euch wieder mal grandios gefallen, wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren und ich würde nur noch sagen, danke fürs Zuschauen danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wie sie uns hat das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Deadpool Tschüss